Meine Karriere bei Mercedes startete vor vielen Jahren mit einer Ausbildung zum Karosserie Modellbauer. Bisher war ich leitend verantwortlich in der Entwicklungslogistik, im Einkauf, in der Produktionsplanung und als Bereichsprojektleiter für die Kooperation mit Nissan und dem gemeinsamen Werk in Mexiko. In China leitete ich die Montage der E- und GLC-Klasse und im Anschluss die Logistikplanung. Mein Name ist Jörg Schmalenbach. Ich komme aus Deutschland, bin seit knapp 38 Jahren im Unternehmen und leite seit Oktober 2022 unser tolles Mercedes-Benz-Werk hier in Jawor. Meinen Tag hier in Jawor starte ich mit einer guten Tasse Kaffee, dem Check meiner Termine und der offenen E-Mails. Gerne gehe ich dann auf meinen Rundgang durch die Produktionslinien. Zu sehen und zu fühlen, mit welcher Leidenschaft jeder Einzelne sein Bestes gibt, begeistern mich jeden Tag aufs Neue. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit diesem tollen Team. Der Standort und die Stadt Jawor haben aus unserer Sicht eine tolle Zukunftsperspektive. Wir sehen, dass sich die Stadt entwickelt und wir sind froh, dass wir an dieser Entwicklung beteiligt sein können. Uns ist es wichtig, auch weiterhin ein wichtiger und verlässlicher Partner für die Stadt und die Gemeinde zu sein. Die bisherige gute gemeinschaftliche Zusammenarbeit haben sich gelohnt. Unser Konzern hat Jawor als neuen Standort im Zuge der Weiterentwicklung zur Elektromobilität für Transporter ausgewählt. Ich wünsche unseren Mitarbeitern und den Einwohnern von Jawor frohe und besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!